Seit fast 18 Monaten führt Russland Krieg in der Ukraine und auch heute wollen wir uns die militärische Lage im Land ansehen. Und wir fangen an mit Aufnahmen von der letzten Nacht und die zeigen erneute russische Terrorangriffe auf Nahrungsinfrastruktur, ukrainische Nahrungsinfrastruktur. Wir sehen hier Aufnahmen, die aus Rumänien gemacht wurden, das heißt aus einem NATO-Land. Und wir sehen hier die Donau im Vordergrund und dahinter die Stadt Reni, eine ukrainische Stadt, einer der letzten beiden Hochseehäfen der Ukraine, neben Ismail, hier auch Reni. Und dieser Hafen ist tatsächlich relativ weit weg von der Küste, mehr als 60 Kilometer und im Dreieck Moldawien, Rumänien, Ukraine. Wir schauen uns das gleich mal an. Und die Ukrainer versuchen hier russische Terrordrohnen abzuwehren, die diesen Hafen angreifen sollen und die dort stationierten Schiffe angreifen sollen, die eben versuchen Getreide und andere Waren rein und raus aus der Ukraine zu bringen. Jetzt sehen wir, wie aber das ukrainische Abwehrfeuer leider nichts genützt hat und eben dort eine der Drohnen einschlägt. Wir sehen das gleiche ganz nochmal aus einer anderen Perspektive, aus einer Perspektive viel mehr dran, dort am Hafen und sehen auch dort, wie die Ukrainer quasi nichts machen können, außer eben dieses Flugabwehrfeuer mit diesen Maschinengewehren, Schilke oder ähnliches, was da eingesetzt wird, um eben die russischen Drohnen abzuwehren. Wir sehen also jetzt gleich nochmal hier von einem der Schiffe wahrscheinlich aus, wie eben relativ nah dran gleich jetzt wieder das Flugabwehrfeuer und danach eben die russischen Drohnen, die Drohne hier einschlägt. Das Ganze, ja, ziemlich unerklärbar, diese Aufnahmen, wie das möglich ist, dass das so nah an NATO-Luftraum, so nah an einer der besten Luftverteidigungen der Welt passieren kann, dass eben ja quasi NATO-Länder einfach zusehen müssen, vielleicht auch wie direkt neben ihnen, und zwar keinen Kilometer entfernt vom NATO-Luftraum russische Drohnen weiterhin einschlagen und dort nicht etwa Militär angreifen, nicht etwa strategische Dinge angreifen, sondern wir schauen uns das Ganze an, Getreidesilos angreifen. Das sind also die Bilder von letzter Nacht aus Rheni. So sah es aus, nachdem dort die Angriffe stattgefunden haben. Die Angriffe richteten sich erneut gegen die Hafeninfrastruktur, erneut gegen Getreidesilos und erneut gegen die Möglichkeit der Ukraine, ihr Getreide nach Afrika und in andere hungernde Regionen der Welt zu exportieren. Man fragt sich natürlich, wie das sein kann. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz auf der Karte an. Offenbar ist kein NATO-Land wirklich bereit, diese Region. Wir sehen es hier unten einmal eingezeichnet, also wirklich genau zwischen Rumänien, was wir hier sehen, und Moldawien, was wir hier sehen, zu schützen. Und so ist es Russland eben möglich, auch direkt vor der Haustür der NATO, nur einige hundert Meter entfernt ist es wirklich nur die Donau, die dazwischen ist, auch hier ukrainische zivile Infrastruktur weiterhin in Schott und Asche zu legen und somit nicht nur dem Land zu schaden, sondern eben der gesamten Welt zu schaden. Die ist nämlich angewiesen auf das Getreide aus der Ukraine. So wie also zum russischen Terror gegen die Zivilbevölkerung hier im Süden, in der Region Odessa. Wir wollen uns weitere Aufnahmen ansehen, die uns einmal mehr zeigen, wie schwierig die Gegenoffensive der Ukrainer vorangeht. Wir schauen uns zuerst Aufnahmen an aus der Region Robotüne, denn dort haben wir hier russische Drohnenaufnahmen, die zeigen, wie eine ihrer eigenen Positionen erst von den Ukrainern übernommen wird. Wir sehen jetzt hier mehrere ukrainische Soldaten, die gerade diese Position eingenommen haben. Und wenn wir genau hingucken, dann feuern die auch. Die schießen also mit ihren Maschinengewehren auf russische Soldaten, die gerade geflüchtet sind von dort, nachdem sie sie vertrieben haben. Wir sehen aber als nächstes auch, was die Russen machen, was sie immer machen, nachdem sie eine Position verloren haben. Dort sehen wir die gleiche Position von eben. Und die wird eben wie verrückt beschossen mit Mörsern, mit Artillerie, mit Raketen, um eben die Ukrainer einfach nicht Fuß fassen zu lassen. Oder eben, um eben dieses verlorene Gebiet einfach dem Erdboden gleich zu machen. So eine Art Strategie der verbrannten Erde, die hier angewandt wird. Und sobald man einen Meter verliert, wird er eben mit allem, was man sieht, bei Tag und bei Nacht, das sehen wir ja auch noch mal beschossen, das Ganze in der Nähe von Robothüne, einem dieser zentralen Dörfer, eben auf dem Weg nach Süden, nach Togmark, nach Melitopol und auch auf die Krim irgendwann. Und wir sehen, wie die Russen eben nicht locker lassen, ihre eigene verlorene Position immer weiter zu beschießen, eben in der einfachen Hoffnung, ja, da zumindest auch niemand anders Fuß fassen zu lassen. Und das erklärt eben auch, warum es den Ukrainern so schwerfällt, selbst wenn sie etwas befreit haben, selbst wenn sie irgendwo vorgestoßen sind, das Ganze auch offiziell zu erklären. Weil es eben oft so ist, dass man diese Position, wie hier eben, diese Position beispielsweise einnimmt, aber dann eben nicht erklären kann, dass man das Gebiet auch eingenommen hat, weil es eben unter so schwerem russischen Feuer steht. Das heißt, auch das ist Teil des Prozesses, dass die Ukrainer hier erstmal dafür sorgen müssen. Wir schauen uns das ganz kurz auf der Karte an und gehen dann mal ein bisschen weiter in den Osten. Robo Thune, wie gesagt, hier unten zu sehen. Das waren die Aufnahmen, die wir gerade gesehen haben. Jetzt schauen wir uns Aufnahmen an aus Staromajorska. Das liegt hier in der Rundgung Donetsk. Auch dort versuchen die Ukrainer ja weiter vorzudringen. Und wir schauen uns mal an, russische Drohnenaufnahmen erneut, die ja aus russischer Sicht mal zeigen sollen, weshalb die Russen sagen, ja, wir haben diese Dörfer dort verloren. Sie sind nicht mehr unter unserer Kontrolle, obwohl wir sie ja annektiert haben letztes Jahr im September. Aber wir sehen das trotzdem als eine Art Erfolg, weil nämlich die Ukrainer, um diese sehr kleinen Dörfer einzunehmen, insgesamt sechs Dörfer sind es hier südlich von Velika, Novosilka, extrem viele Fahrzeuge verloren haben. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Wie gesagt, von einer russischen Drohne aus gesehen, die zeigt hier Staromajorska. Und Staromajorska ist, wie gesagt, eines der sechs Dörfer, die da verloren wurden. Und wir sehen hier doch relativ gut die ukrainischen Fahrzeuge, die verloren wurden. Und es ist ein bisschen zynisch, natürlich, aber es ist eben auch realistisch. Hier unten in der Ecke, wir können uns das angucken, zählen die Russen einfach mal mit, wie viele ukrainische Fahrzeuge, zerstörte Fahrzeuge, eben allein in Staromajorska und einem noch kleineren Dorf nördlich davon eben übrig geblieben sind, nachdem die Ukrainer, oder während des Befreiungsprozesses durch die Ukrainer. Hier also, die Russen zeigen das nacheinander. Und es sind Aufnahmen, die auch alle verifiziert werden können. Das heißt, wir haben in den letzten, wir haben das Ganze uns angeguckt auf der Karte, haben gesehen, tatsächlich, das ist das befreite Gebiet. Und das sind die verlorenen ukrainischen Fahrzeuge. Einige davon haben wir auch schon vorher gesehen. Aber die Russen zählen einfach mal durch, was für eines dieser sechs Dörfer eben gebraucht wurde von ukrainischer Seite. Und es ist unfassbar viel. Wir werden am Ende bei über 30 Fahrzeugen ankommen. Also 30 Fahrzeuge, die verloren wurden, alleine bei der Befreiung eines Dorfes. Und jetzt kann man sagen, ja gut, die Soldaten da drinnen wurden wahrscheinlich zum größten Teil geschützt. Wir sehen, das sind zum allergrößten Teil westliche Fahrzeuge, geschützte Fahrzeuge, also minenresistente Fahrzeuge, auch Schützenpanzer, die hier zu sehen sind. Aber das Ganze wirft natürlich die Frage auf, wie lange hält die Ukraine das durch? Wenn man pro Dorf, nicht immer, aber teilweise 30 Fahrzeuge verliert. Wir wissen, für Robotüne, was wir eben gerade gesehen haben, sind mehr als 30 Fahrzeuge bislang verloren gegangen. Und man hat die Stadt oder das Dorf noch nicht ganz befreit. Und wenn wir uns das eben ansehen, dass pro Dorf hier vielleicht 20 bis 30 Fahrzeuge verloren gehen. Und wir wissen, dass die Ukraine insgesamt alles zusammen, vielleicht 500 Panzer, Schützenpanzer und starke gepanzerte Fahrzeuge vom Westen bekommen hat. Dann kann man sich das relativ leicht ausrechnen. Und auch die Russen können sich das relativ leicht ausrechnen, dass wenn es eben so weitergeht, dann verliert man noch einige Dörfer. Dann muss man auch noch weiter zurückrücken. Aber es ist eben relativ unwahrscheinlich, dass man den gesamten Süden verliert, weil die Ukraine einfach in diesem Tempo und mit dieser hohen Verlustrate, einige der Fahrzeuge können natürlich noch repariert werden. Nichtsdestotrotz, wenn wir davon so etwa ausgehen, hier übrigens Staro Majorski nochmal im Ganzen zu sehen, wo wir eben überall die Zooms gesehen haben und diese verschiedenen, beziehungsweise Staro Majorski ein bisschen weiter südlich, das ist das Dorf nördlich davon. Dann rechnen die Russen sich natürlich auch irgendwie aus, dass sie hier eine erfolgreiche Strategie fahren. Dass sie eben die Ukrainer so lange aufhalten, dass sie sich so langsam zurückziehen, dass sie so viel zerstören pro Kilometer, den sie eben aufgeben müssen, dass selbst wenn die Ukrainer heute bekannt gegeben haben, dass sie südlich von Vilyka-Novosilka tatsächlich dieses Dorf Uruscheine, von dem wir schon vor zwei Tagen berichtet haben, das ist hier ganz im Süden von Vilyka-Novosilka, dass sie das befreit haben. Dann sagen die Russen ja wunderbar. Aber wenn ihr für dieses kleine blaue Gebiet hier 40, 50, 60 Fahrzeuge gebraucht habt, dann wollen wir mal sehen, wie ihr es schafft, bis hier unten mit 200 oder 300 Fahrzeugen klarzukommen. So also der russische Kalkulus, die russische Rechnung eben zu sagen, gut, wir verlieren aber nur langsam und am Ende gewinnen wir das Ganze. Denn wir, die Russen, können eben jeden Monat 50 neue Panzer an die Front liefern. Das können die Ukrainer nicht. Und das kriegen sie nicht aus den westlichen Ländern. Wir erinnern uns, seit Januar dieses Jahres ist keine einzige Zusage über neue westliche, moderne Kampfpanzer erfolgt. Beispielsweise Leopard 2 oder Challenger oder Abrams aus den USA. Nichts davon ist erfolgt. Das heißt, die Ukrainer müssen mit wenigen Panzern auskommen. Kriegen jetzt einige Leopard 1. Aber das sind sehr, sehr alte Kampfpanzer. Die sind auch nicht vergleichbar mit den neuen. Und insofern ist das natürlich laut russischer Rechnung, laut russischer Hoffnung eine Frage der Zeit, bis die Ukrainer eben nicht weiter können. Was machen die Ukrainer? Sie versuchen natürlich weiterhin, die russische Flugabwehr und die russischen Einheiten hinter der Front zu dezimieren. Und wir sehen jetzt hier einen sehr erfolgreichen Angriff der Ukrainer. Der wurde gestern veröffentlicht. Vielleicht manche bezeichnen das als Racheaktion. Wir haben gestern berichtet, dass ein ukrainisches Flugabwehrsystem vom Typ S-300 zerstört wurde. Jetzt sehen wir ein russisches Flugabwehrsystem vom Typ S-300, was ganz in der Nähe dort positioniert war, nämlich in der Region Kherson. Hier war es die ukrainische Armee, die ihrerseits ein russisches Flugabwehrsystem vom Typ S-300 angegriffen hat. Und wir sehen hier die Aufnahmen einer ukrainischen Drohne, die das Ganze erst sich genau ansieht. Sie also sieht, wo sind die verschiedenen Einheiten, die verschiedenen Komponenten dieses Systems versteckt. Eben die Abschussrampen auf der einen Seite und auch die großen Radarsysteme auf der anderen Seite. Und wenn dann alle Koordinaten klar sind, wenn also die Operateure der HIMARS, der M142, genau wissen, wo müssen sie hinziehen, wo sind die verschiedenen Systeme, dann werden die weitergegeben, die Daten der ukrainischen Drohnen. Und wir sehen dann, dass gleich parallel verschiedene Schläge erfolgen eben auf dieses S-300-System. Und für die Russen ist es natürlich extrem wichtig, auch die Luftverteidigung zu haben. Jetzt sehen wir es hier, wie die ersten Angriffe erfolgen, wie unten die erste Explosion ist. Und wir können das ja mal ganz kurz anhalten, um zu sehen, dass also parallel hier oben und eben noch kurz zu sehen hier unten die Explosionen erfolgen, also eben dafür gesorgt werden soll, dass nicht während eines der beiden Systeme getroffen wird, das andere vielleicht sich auf den Staub macht, sondern dass eben diese Angriffe tatsächlich parallel passiert sind, um eben möglichst den Schaden hier zu maximieren für die russischen Invasionstruppen. Das ist also diese Situation in Kherson, wo wir jetzt am Ende nochmal sehen, wie eben das Einradar getroffen wird und die Abschlussrampe, die natürlich dann auch die Raketen dabei hat, die ja auch wiederum selbst explodieren, die also noch wesentlich stärker hier beschädigt ist. Das ist also ein S-300-System der russischen Armee, von dem natürlich einige Dutzend entlang der Front positioniert sind, aber zumindest eines davon hat es hier getroffen. Als allerletztes wollen wir uns den ehemals größten Stausee der Ukraine angucken und mal sehen, wie der mittlerweile aussieht. Wir erinnern uns, im Juni hat die russische Armee den Karowka-Staudamm gesprengt. Daraufhin hat sich dieser Stausee entleert und heute, wir sehen es, eine, zumindest zwischenzeitlich, grüne Oase. Das Ganze sah erst mal nach sehr viel Wüste aus. Man geht auch davon aus, dass es langfristig alles sehr, sehr trocken wird hier. Aber eben aufgrund des Wetters, aufgrund des noch nassen Bodens und der großen Sonneneinstrahlung haben sich hier erst mal riesige Wiesen gebildet, wenn man so möchte, kilometerbreit. Wir schauen uns das Ganze noch mal kurz auf der Karte an und sehen ja, dass dieser Stausee eben eine Länge hatte, wir gucken uns das hier mal an, von über 200 Kilometern und teilweise eine Breite von 30 Kilometern. Dieses gesamte Gebiet ist jetzt eine große Wiesenlandschaft mit einem sehr, sehr kleinen Fluss, also einem letzten Fluss des Denebro, der da noch durchgeht. Die Frage ist, immer die sich alle stellen, ist das schon befahrbar? Kann man das schon nutzen? Ist das eine Erweiterung der Front oder ist es eben noch so, dass man, wenn man da mit Fahrzeugen raufgeht, mit Kettenfahrzeugen oder mit Radfahrzeugen, dass man dann einsinkt und eben da auf halber Strecke stehen bleibt und dann natürlich zum Ziel wird? Das ist natürlich die Frage, die sich beide Armeen aktuell stellen. Denn sollte man da mit Fahrzeugen rüber können, dann würden sich natürlich sowohl für die Ukrainer als auch für die Russen ganz neue Möglichkeiten ihrer jeweiligen Offensiven bilden.